seit einigen tagen gehen die suchanfragen wieder in die höhe und zwar wird wieder danach gesuchte sind aronia bären jetzt schon reif dazu wie jedes jahr noch mal ein kurzes video hier hier stehen wir vor unserem aronia strauch und ja der hängt in diesem jahr auch wieder sehr voll mit früchten ich denke mal dieses jahr wird auch wirklich ein rekordjahr sein hier in dieser pflanze in den letzten jahren hatte ich hier immer so acht bis neun kilo und ich denke mal in diesem jahr könnten es locker zehn kilo werden man sieht hier die bären müssen noch ungefähr sechs wochen reifen aber schon jetzt hängen die zweige richtig weit runter einfach weil die bären durch den regen in den letzten wochen eben auch stark an gewicht zugenommen haben und dementsprechend schwer sind hier haben wir auch noch eine pflanze und es gibt auch jetzt schon wieder leute die die bären schon geerntet haben einfach ich sage es immer wieder man darf die aronia beere farblich nicht mit der blaubeere vergleichen einfach weil die aronia beere tief schwarz werden muss und selbst wenn die beere reif aussieht muss sie noch mindestens vier wochen reifen man sieht das hier schön die bären sind schon recht dunkel aber selbst diese bären hier müssen noch mindestens sechs wochen reifen hier kann man es auch schön sehen wie voll die sträucher hängen in diesem jahr und ja das hier ist eine veredelte pflanze das ist praktisch der stamm von einer eberesche und unten beziehungsweise oben aufgesetzt dann ein aronia nero strauch und ja wie der sich hier entwickelt hat in den letzten jahren kann man auch schön sehen auch eine schöne pflanze eben ein bisschen baumartig und trägt eben auch sehr viele früchte ja jetzt noch mal zu meinem anderen strauch hier das ist auch der erste strauch den ich mir mal gekauft habe vor elf jahren der steht jetzt hier ungefähr acht jahre an dieser stelle und ja wie man sieht voll mit aronia werden aber jetzt eben zum schluss noch mal der hinweis selbst wenn aronia werden reif sind wir haben heute den 17 juli und die bären müssen noch mindestens vier bis fünf wochen reifen einfach auch weil wir in den letzten wochen eben wenig sonne hatten so dass da eben noch ein bisschen nachholbedarf besteht und der erntezeitpunkt in diesem jahr vermutlich so dritte august woche sein wird in den letzten jahren war schon immer anfang august erste august woche aber in diesem jahr wie gesagt gehe ich mal davon aus dass es so die dritte august woche werden wird und ja oben hier oben links in der infobox verlinke ich auch noch mal ein anderes video in diesem video erkläre ich wie man einen reifetest an der beere durchführen kann um sich dann eben auch ganz sicher zu sein dass die aronia beeren reif sind das soll es dann für heute erstmal gewesen sein wenn ihnen dieses video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen gerne können sie dieses video auch teilen und abonnieren sie unbedingt unseren kanal vielen dank